Jetzt stehe ich vor unserem Shuttle und ich gucke mir mal die einzelnen Sensoren an. Wir haben hier vor dem Bus, da seht ihr das, einen LiDAR-Sensor. Der leuchtet während dem Fahren die Straße und die Strecke nach vorne ab und kann das Umfeld bis zu 260 Meter weit abtasten. Hängt natürlich vom Streckenverlauf, von der Topologie ab, aber der Weitblick ist auf jeden Fall vorhanden.